Maren ist eine taffe, lebenslustige und warmherzige Frau. Neben beruflichen Herausforderungen hat sie mal ebenso die Erziehung ihrer vier Kinder gewuppt. So sehr sie einerseits alles im Griff hat, so wenig kann sie gegen ihr chaotisches Wesen tun. Da fällt der Haushalt schon mal hinten über, zum Glück mögen alle Familienmitglieder Tiefkühlpizza. Grundsätzlich ist Maren eine pragmatische Mutter, keine Glocke, aber emotional, mit rauer Schale und weichem Kern. In der Annahme, ihre Kinder beschützen zu müssen, schießt sie auch mal übers Ziel hinaus. Bei ihr herrscht ein liebevoll strenges Regiment. Und so tritt sie auch ihren Freunden gegenüber. Die sind Maren nicht lange böse, wenn sie sie mal wieder vor den Kopf stößt. Denn sie wissen, im Notfall würde Maren für sie kämpfen wie eine Löwin. Maren ist selbstironisch und humorvoll, modern und vorurteilsfrei. Nach Höhen und Tiefen in ihrem Leben hat sie Fuß gefasst und weiß, was sie will. Biografie Eva Mona Rodekirchen Eva Mona Rodekirchen, Sternchen 15. Juni 1976 in Bochum, startete ihre künstlerische Karriere als Sängerin bei der damals legendären Country-Show im Freizeitpark, Warner Bros. Movie World. Von 1999 bis 2003 studierte sie daraufhin ganz klassisch Schauspiel, Gesang und Tanz an der Bayerischen Theaterakademie, August Everding, in München. Bereits während ihrer Ausbildung war sie stetig in renommierten Theaterproduktionen zu sehen. Wie beispielsweise, La Boheme, Drei Groschenoper, Cabaret, La Vie en Rose, und den Bregenzer Festspielen. Nach der erfolgreichen Ausbildung nahm sie ein Engagement beim Landestheater Schwaben in Memmingen an. Nach dem Landestheater wiederum ging es 2005 nach Ingolstadt für drei Jahre. Dort spiele sie Stücke wie »Jesus Christ Superstar«, »Herr«, »Anatevka« und viele mehr. Im Jahr 2008 wechselte Eva Mona Rodekirchen die Bühne und ging für zwei Jahre zum Theater Krefeld, München-Gladbach. Ihr Fernsehdebüt gab Eva Mona Rodekirchen im Oktober 2010 in der täglichen RTL-Vorabendserie »Gute Zeiten – Schlechte Zeiten«. Dort spielt sie seitdem die alleinerziehende Mutter Maren Seefeld. Im Frühjahr war Rodekirchen in einer Gastrolle in »Der König von Palma« zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 was er earthen okay war, ist dieeka mot exercitische Literatur. ida втор 좋아하nt sofrei ist die еще eine Katze. Mein klasszpro Etsy ist in der問ikation lazım, in der 3D- também Premium office Beijing schon der Kurve ist, bis zum nächsten Mal aus Großart ins dreams ab열ren他是 ein insultantes und wie wir einfach sagt, es ist gl courses ein parody dieses ZDF für funk. anden die expresz sie変erieder scarfire zu neuen Fund. nebenbei deutlich zu setzen. associateGod